Herr Freyer, wer die Hagener-Spiele nicht alle sieht, wundert sich über das Verhältnis zu Hause und auswärts. Sie sind ja zum Teil die klasse Leistung, die Sie auswärts zeigen. A, warum kommen Sie zu Hause nicht so zu Potte? Und B, warum war Ihr Neuer heute nicht dabei? Dann kommen wir erstmal zu B. Unser Neuer hat sich verletzt. Er war in einer Freirad-Phase, deswegen ist er jetzt wieder nach Hause gefahren. Wir sind sonst eine Mannschaft in den vergangenen Jahren gewesen, die immer sehr, sehr stark zu Hause war und auswärts sehr Schwierigkeiten hatte. Dieses Jahr ist es andersrum. Wenn wir wüssten, warum, würden wir es abstellen. Das ist nicht so einfach zu erklären. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch zu Hause wieder stark spielen werden und auch viele Spiele noch gewinnen werden zu Hause. Und dann ist es gut, dass wir ein Polster uns aufbauen auswärts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017